hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ja leute in diesem video erkläre ich euch kurz und knapp wie man den sound der capture card richtig einstellt also bleibt dran und viel spaß mit dem video so leute auf der switch angelangt wir brauchen aber die bildschirmaufnahme damit ich euch alles zeigen kann das heißt wir blenden mal die bildschirmaufnahme ein so bei obs angelangt was wir machen müssen ist wir klicken hier auf die switch capture card ich weiß jetzt nicht wie ihr eure capture card also umbenannt hat oder wie die quelle eher gesagt heißt aber ihr müsst einfach auf eigenschaften gehen oder einfach nur rechtsklick eigenschaften dann scrollt ihr einmal komplett runter zu den audio ausgabemodern und bei mir steht nur audio aufnehmen früher hatte ich desktop audio ausgeben aber dadurch hatte ich ein delay das heißt wenn ich was gemacht habe in einem spiel sei es beispielsweise in fortnight wenn ich gebaut habe hatte ich so ungefähr zwei sekunden delay vom sound her also das bild bild und ton waren asynchron also war nicht perfekt zueinander abgestimmt und das wollen wir ja nicht wir wollen das ist genau perfekt auf der millisekunde gleich ist und deswegen machen wir bei audio ausgabe modus nur audio aufnehmen ok und dann gehen wir bei also klicken einfach auf windows taste bei systemsteuerung bei systemsteuerung rein hardware und sound sound und dann bei aufnahme müsste reingehen dann ist hier direkt eine capture card wird die direkt hier angezeigt macht ihr einen rechtsklick auf eigenschaften und müsst ihr halt schauen wie laut eure capture card ist manche haben mir gesagt dass ihre capture der cut zu leise ist das heißt ihr geht bei pegel rein und stellt das nach beliebig ein also ich habe es jetzt auf 95 eingestellt gehabt und dann machen wir auf abhören und dann gehen wir hier dieses gerät als wiedergabe koelle verwenden machen wir häkchen rein meine ist es schon drin und dann einfach auf ok ok und das können wir schließen dann können wir das hier wieder ausblenden also meine bildschirmaufnahme dann wären wir wieder bei der nintendo switch und wenn ich jetzt nach rechts oder links gehe dann ist es synchron zum bild der ton ist synchron zum bild so leute das war's mit dem video ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen wenn ja lasst ein like da abonniert den kanal falls noch nicht abonniert meines kanalseite würde mich auf jeden fall freuen und wir sind kurz vor den 1500 abonnenten das heißt wenn wir das dieses jahr noch erreichen könnten das wäre auf jeden fall sehr krass von euch und ja liked und kommentiert das video und weil sie noch fragen hat bezüglich der capture card oder andere ähnliche themen schreibt mir auf jeden fall in die kommentare die werde ich dann in separaten video erklären und ja ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal und und Untertitelung des ZDF, 2020